Jo, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video am heiligen Abend. Wobei, ich weiß nicht wirklich, ob das Video am 23. oder am 24. erscheint. Jedenfalls, wir spielen heute, wie ihr hier lesen könnt, den OppositeSoccer2014. OppositeCode.com Könnt ihr mal reinschauen, auch hier unten. Es ist ein Multiplayer, ein lokaler Multiplayer. Aber ich konnte es auf die Stelle niemanden finden, der jetzt zu mir kommt, um das mit mir zu spielen. Ja. Traurig. Aber wir gucken uns das Spiel erstmal an. Wir haben hier Options. Language. Oh, wir können auf Portugiesisch spielen. Okay. Qualität Grafica. Ach, ich stelle wieder auf Englisch. Graphics Quality. The overall Graphics Quality of the Game. If the Game is running slowly, try lowering this setting. Okay, steht auf Very High. Ich stelle bis heute. Oh, Medium. Very low. Resolution. Solution. Solution. Ähm. Ich spiele doch auf... Komm, ich... Ich habe das gerade auf 1280x27 offen und... Okay. Ähm. Äh, okay. Is It Soccer 2014 funktioniert nicht mehr. What? Ne. An Weihnachten will ich nicht fluchen. Das wird jetzt alles zensiert. So, da ist jetzt das Spiel. Wir können mit VASD den Typen... Moment mal. Das geht doch so überhaupt nicht. Options. Video. Und da ist das Spiel schon wieder abgeschmiert. Okay. So, zweit niedrigste Grafikeinstellung. Äh, Play. Und es geht doch noch. Also das Spiel, das ist wohl immer so laggy. Okay. Äh, mit den Falltasten steuere ich da den Gestreiften. Der gerade versucht ein Eigentor zu machen. Mit VASD den anderen und... Das muss eigentlich der Weiße... So, der muss jetzt ein Tor machen. Und trifft den Ball natürlich nicht so gut. Geht der von hinten rein? Der geht doch von hinten rein. Jetzt geht Weiß doch da rein. Und macht den mit der Video. Und damit steht es 1 zu 1. Oh! Oh mein Gott! Oh! Oh! Wollen wir mal bitte jemand sagen, was der Duck gerade macht? Ist das der Harlem Shake? What the? Ne, nicht fluchen. Weihnachten. So, so, gestreift. Go, go, go. Mach ein Tor, mach ein Tor. Auch wenn es ein Eigentor ist. Ist scheißegal. Hauptsache du machst ein Tor. Ich hätte eine Bewertung auch ein Eigentor als ein Tor. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ähm. Ja. Jetzt ist schon das dritte Tor in Folge, das von hinten geht. Da haben wir nur noch 24 Sekunden. Komm, gestreift. Mach noch ein Tor. Mach vielleicht mal ein Eigentor. Nein, die... 2-2 Eigentor. In der 16. Sekunden, ne, in der... Wenn es noch 16 Sekunden übrig sind. Und das Spiel wird immer leckiger. Warum auch immer. Ähm. Player One Wins. Und das war's dann auch schon mit... Mit diesem Video. Von dem Spiel. Jetzt ist jetzt beendet. Happet. Jedenfalls. Ich wünsche euch jetzt noch ein besinnliches Weihnachtsfest. Wir sehen uns in einem nächsten Video. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Wir wünschen euch ein Merry Christmas. Ich wünsche euch ein Merry Christmas. Einens videos. Untertitelung des ZDF, 2020